Hallo, ich begrüße euch zu meinem 13. Part Hoa. Wir wandern jetzt durch... Oh, keine Sterne, Feuer, das sieht mir nach Ende aus. Aber okay, wir werden schauen, ob ich das hinbekomme. Ah, ich glaube, ich muss mitfliegen. Ah, ne, ich kann da durchstehen, gut. Ach, ne, komm. Ich hab's befürchtet, die Bösen. Aber ich wollt euch ja ausschalten und euch auswischen, ne? Komm, du Tapschädel. Ich geh hoch, oder? Ja. Komm schon, Baby. Tschüssikowski, guck mal, wie der dreht, der Blöde. Soll ihr kinderfreundlich sein, ich sag jetzt nichts. Ich geh jetzt einfach mal auf diesen Heizungsrohrer. Haha, ich kann fliegen. Oh, ich hab den Mund zu voll genommen. Ups. Alles gut bei dir. Haha. Wo bin ich denn, du eigentlich, das... Also wann ein Gas-Wasser-Inchalatär? So, Rohre verlegt? Na, halleluja. Ah, guck mal, das leuchtet. Geh, du Biest. Uff. Okay. Ah, guck mal, das ist ein Schalter. Warte. Ich muss da hoch. Ah, okay. Warte. Wie, wie do ich noch mal drücken mit L, gell? Ja. Okay, aber wie komm ich da hoch? Ich hab das wahrscheinlich aktivieren müssen, um dann von der anderen Seite irgendwie drüber zu kommen. Ah. Du ist das Roboter-Nest. Fiesling, komm. Raus, du. Jetzt steht ein bisschen größer seit, dass ich da hochkomme. Moment, das ist jetzt wieder... Ja, da, der legt mal den Schalter wieder um. Das ist so fies. Ah, ich brauch... Der geht wieder weg. Ach, das ist so... Hä? Du! Sack sich. Wie bleibt denn das Teil schon? Wie kriege ich das dazu, dass das schwer bleibt? Weil wenn ich noch hochgehe, dann stehe ich wieder da. Sehr witzig. Komm jetzt gar nicht mehr raus ohne den Roboter. Komm, du. Sack. Komm her. Komm her, Baby. Ich muss über den Schalter springen. Vielleicht hilft es, wann der Roboter dran steht, keine Ahnung. Dankeschön. Hehe. Schmettersprung. Jetzt bin ich gespannt. Ah, Hot Kulver. Hallo, Robo. Das war die Lösung. Ciao, ciao, Baby. Oh, sieht das gruselig aus, ne? Wo bin ich denn jetzt? Das ist er. Boah. Wolltest du mal was zu sagen? Du bist diese kleine Fee. Mhm. Du solltest nicht hier sein. Es ist nicht sicher. Lass mich frei. Ich trau dir nicht. Okay. Zunächst mal müssen wir das Steuerpanel aktivieren, auf dem du stehst. Mach den Ofen an. Du gelangst durch diese Tür dorthin. Was soll ich? Einen Ofen anmachen? Einen Ofen anmachen. Wenn ich jetzt in den Ofen gehe, ich will nicht verheizt werden hier. Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Da oben ist ein Knopf. Keine Sorge, wir sind nur Arbeiter. Wir tun dir nichts. Meine Aufgabe ist, die Kohlen zu tragen. Aber wo sind die Kohlen? Soll ich da jetzt noch Kohle hole? Okay. Hey. Da ist nichts drin. Womit soll ich denn das Feuer anzünden? Ja, gut, die Frucht. Ich suche ja schon der Kohle. Jetzt weiss dann nicht, wo die ist. Und lasse bald. Feuer. Okay. Irgendwo muss du eine Lösung sein. Sieht aus wie ein Toast. Ach. Mach vier Schmettersprünge auf meinen Rücken und alles fährt hoch. Okay. Krieg ich immer hin. Aber nur, wenn im Ofen ein Feuer brennt. Das heißt, ich brauche vorher Kohle. Aber ich probiere es trotzdem. Vier Schmettersprünge. Ja, das waren jetzt schon fünf. Ja, klar. Der bringt Luft und bringt so das Feuer zum. Ja, verstehe. Logisches Prinzip, aber ohne Kohle läuft nichts. Ja, wie soll ich jetzt an die Kohle pumme, du Scherzkeks. Wo ist Kohle? Warte mal. Oh, war noch so ein Druckknopf. Ah. Wo ist die Kohle? Sind wir vorher? Ach, komm. Ja, sehr schön. Was, noch mehr? Ich mache es jetzt einfach mal voll. Das wäre für mich logisch, ne? Das tun wir doch mal komplett heizen. Ja, die Mechanik ist recht simpel. Ja, das gehen wir jetzt tagelang fortführen hier. Aber ich habe die Befürchtung, die müssen alle leuchten. Oder? Was meint ihr? Soll ich es probiere runterzugehen? Oder was machen wir? Okay, das wird mir jetzt, ich denke, das wird mir jetzt zu doof. Ich probiere es jetzt einfach. Ob es auch geht. Komm, heiz den Ofen. Ah, der Toaster brennt. Upp. So. Wie war das? Vier Schmettersprünge, die darfst du haben. Zwei. Zwei. Wow. Blum, jetzt ist was für dich. Ah, das waren schon vier. Die Turb... Ah, der schon wieder. Komm, ich bin schwitze. Okay, da muss ich jetzt rufspringen. Wow. Lass das Feuer aus. Ich will nicht, verheizt wäre hier. Und ich hätte genug Kohle neigeschmissen, ne? Ah. Wow, wow, wow. Die Maschine läuft. Ähm. Falscher Weg. Oh, ne. Ich muss Fliege dazu. Hm. Yes. Hallöchen, hier bin ich wieder. Feuer brennt. Du hast es tatsächlich geschafft. Mit diesen Schaltern steuerst du meine Ketten. What? Ach so. Nutz meine Arme, um diesen, um zu diesen Trümmern zu genauen. Türmen. Trümmern. Türmen. Wenn du das Sloträtsel im ersten Stock lest, wird eine Kette aufgespült. Das Sloträtsel. Mhm. Aber vorher musst du in den zweiten Stock. Spring zunächst auf den Hebel dort, um die Slotmaschine einzuschalten. Okay. Gut. Moment. So, dann wieder runter. Komm. Sehr schön. Dann gucke ich nächste Uhr drauf, ne? Ähm. Alter, ist das einfach ruschendes Material. ideal. Okay, da gibt es kein Durchkommen. Boah, guck mal, die... Hä? what? Oh. Muss langsam machen. Gut. Stopp. Oh, ich bin so weit gelogen. Ja. Oh, das ist nur wieder... Oh. Das ist nicht so einfach richtig zu stoppen. Puh, ich glaube, ich habe die Dreh raus. Weh, das letzte erwischte ich jetzt. Uff. Oh, oh, Hä? Was ist das? Magst du dumme Witze mit mir, du? Was in aller... in alles in der Welt ist das? Äh. Die Maschinen falt man nicht. was ich verspräch? Ich muss zur Ruhe nach. Moment, jetzt saugt er der Oberarzt saugt er hier an. Uff. Schnell. Oh. ganz schön knipplig. Ruhe, Bruna wieder. Kann ich dazu springen? Nee. Hoffentlich komme ich so auch weiter. Ja. Ja. Und nun? Hallo? Uff. Nee, nee. Nee, nee. Alter Verwalter. Du warst doch aber schon irgendwo. Oh, nee. Und dann hat er mich doch runtergestupst. Jetzt verliere ich gerade so ein bisschen die Geduld. Ja. Okay, dann warte. Mama, lieber langsamer. Ich gehe das ja stunden. Da bin ich doch vorbeigelaufen. Ich habe mich irgendwie falsch gelandet. Wo bitte soll ich hin? Oh, wo bringt mir das nichts? Komm ich nicht durch. Muss ich in das Rohr, nein? Wo soll ich denn hin? Nee, da geht es in kein Rohr. Boah, ich habe gerade keinen Plan, wo ich hin soll. Ich bin da oben, da geht es ja gar nicht weiter. Aber du, lieber geht es auch nicht weiter. Hä? Nee. Da geht es nicht weiter. Ähm, ja. Sehr witzig. Okay, gehen wir einfach noch mal hoch. Ohne, kommen wir mal nicht weiter. Oh, Hilfe. Schaffe ich es? Wow. Oh, das war knapp. Oh. Jetzt habe ich aber gleich die Fachse dick. Oh. Wo bringst du mich hin? Hallo, willst du mich wieder ärger? Nee, dann ernst du jetzt, oder? Ah, so bin ich. Ich dachte eben, nee. Kleiner Scherz am Rande. Verschlingt der mich? Ja, ich weiß, ich jetzt schaffe ich ihn nicht. Aber ich warte lieber einen Moment. Und werde dann nimm ich von dem Staubsauger, du. Ah, ich sag so. Langsam. Puh. Durch. Nein. Langsam. Uff. Langsam. Wer langsam geht, kommt auch ins Dichter hin. Ey. War ich jetzt so weit vorne gestanden? Uff. Weck der. So, komme ich jetzt irgendwo, irgendwie hier? Moment. Hallo, ist es doch. Oder? Schaffe ich das? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Oh. Ja. Yes. So, was müssen wir dann für Rätsel lösen? Okay. Wenn der da ist, muss ich drauf springen. Ja, hopp. Die Batterie. Nein, da war ich gelangsam. So. Hä? What the fuck? Wieso? Ja, alle drei gleichzeitig trinken kann ich so schlecht. Oh. Ja, ich will selbst zu Spitzel. Okay. Ich muss jetzt noch oben gucken. Oh. Was bitte willst du von mir? Na, zu spät. Oh. Ach, zu spät. Da, 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 da. So. Und nun? Wenn ich jetzt runtergehe, dreht er weiter. Hm. Und wie? Ich check's. Jetzt dreht sich nur der. Ja. Warte, Moment. Wenn das Symbol ist, geh ich runter. Ja, genau. Jetzt fehlt mir nur noch der Ende. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Irgendwie passiert gerade nichts. Ah, yes, ich habe es. Oh. Was war das denn? Habe ich den Endarm befreit? Hallo? Ach, und jetzt soll ich da denn... Ach, du, ist noch so ein Rätsel. Okay, ich verstehe. Die andere Kette muss noch weg. Okay, ich würde aber sagen, diese Kette machen wir im nächsten Part weg. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald. Bis bald.